Jeder Mensch braucht ein Zuhause. So ist das Motto überschrieben der diesjährigen Caritas Spendenaktion unseres Verbandes Adventsengel. Allein in Niedersachsen fehlen aktuell jedes Jahr rund 12.000 Wohnungen, vor allem bezahlbarer Wohnraum. Dabei geht die Zahl auch staatlich geförderter Sozialwohnungen von Jahr zu Jahr erheblich zurück. Und in unseren Beratungsstellen, da merken wir, dass besonders die schwächsten junge Menschen und Familien, auch gerade mit Kindern, auch Alleineziehende, von diesen drastisch steigenden Mieten und vom Wohnungsmangel betroffen sind. Die Zahl der Wohnungslosen ist auch in unseren Übernachtungsstellen, auch in unserer Krankenwohnung für Durchreisende erheblich angestiegen. Immer mehr junge Menschen sind in unserem Bistum inzwischen von Wohnungslosigkeit betroffen, auch junge Menschen. Bitte unterstützen Sie den Caritas Adventsengel mit Ihrer Spende. Auch mit kleineren Beiträgen können Sie gerade auch in Not geratenen Familien, Alleinerziehenden in unserem Bistum helfen. Dankeschön für Ihre Gabe. Vielen Dank. Danke. 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 Danke.